Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde CS GOATS zusammen mit Tarkan und Luka. Ich habe den Tipp mir jetzt schon gemütet, weil der schreit mir ins Gehirn. Luka wird diese Runde wahrscheinlich gerankt. Das sehen wir da. Und ich brauche noch drei Spiele bis zum Rank. Irgendwann will ich wissen, was ich werde. Julian, er wird alle wegrecken. Hab ich auch gesagt, dass ich BG? Nee, aber egal. Die sind outside, safe call. Ja, die sind outside sind schon Runden, glaube ich. Danke. Oh Mann, ich wollte den Gehirn haben. Haben wir doch beide. Eine unten B schon. Ja, süß. Oh, oben, oben, oben. Oh, was? Ah, Leute, von da? Oh, Leute, ich habe mich umgedreht. Einer ist drin und einer ist... Oh, nein. Ja, einer ist drin auf A. Ja, scheiße. Das war irgendwie komisch. Die Gegner lecken schon wieder zwei Stück. Wir haben auch einen russischen Server wieder erwischt, glaube ich, oder? Warte, der Status. Äh, wir haben einen EU-Nords Server. Wir haben verloren, also nicht kaufen. Richtig? Haha. Gut. Du kannst trotzdem kaufen. Nach zwei Runden kann ich trotzdem kaufen. Ja, ich kaufe trotzdem nicht. Ich kaufe nicht. Weil er muss aber auch dafür Kills machen, dass du nach zwei Runden nach zwei Runden. Wenn du so kaufst wie ich. Ah, jetzt soll ich ja rausgehen. Ups, vergessen. Ram kommt, passt auf. Ja, der macht direkt zwei Headys. Ich sehe die einfach nicht nachladen. Doch, jetzt. Ja, wir wollen rein. Huh. Eine Outside Down. Hat der was? Äh, ne. Oh, stimmt. Hab ich gleich nachgeguckt. Nö, er hat nur USP. Die haben noch E-Core. Die wollen, dass die nächste Runden richtig kaufen können. Oh, ey, mein Freund. Wollen gehen wir hin? Einer Store. Safe Call. Silo? Safe Call Silo. Der hat die Bombe, Bombe Down. Abmeng. Julian, mehr hoch zielen. Ja, ja, okay. Und was hat er denn? Tick, ne? Tick, ne? Oh, sieht noch, sieht nicht schlecht aus. Ja. Nice. Meiste Eliminierung. Nice. Tick, ne? Witzig ist, ich hab nicht mal Käfflerschaden bekommen. Das heißt, ich kann jetzt echt komplett voll kaufen. Ich hab natürlich mal Käffler gekauft. Ja, ich schon. Ja, ich hatte ja geforscht mit 5-7-Käffler-Helm. Jetzt muss ich komplett... Jetzt muss ich nur Käff... äh, äh, äh... Diffuse und M4 kaufen. Ich hätte mir zwar eigentlich der M4 kaufen können, was ich auch eigentlich wollte, aber... Ich, äh, wollte nicht... Luca, du musst mal richtig loslegen. Julian ist schon Erster. Ja, ich bin Erster. Pfff. Wird bestimmt lange so bleiben. Da ist einer. Hab einen. Oh, da sind noch zwei. Alter. Oh shit, ein HP. Oh shit. Noch ein HP. So, in der Ecke. Ein aus Upper. Abruf. Aufm... Aufm... Oh... Nice. Ich hab noch ein HP. Könnte ne easy round werden. Ich bin immer noch Erster. Also... Ja, du Kills gemacht hast. Ja, das stimmt. Äh, aber solange ich nicht sterbe... Solange ich nicht sterbe, behalte ich mal die Waffe rein. Und wenn sie in dich reinlaufen, Julian, dann kriegen wir keine Kills. Aber du kriegst Kills. Ja, ich hab nur einen Kill gemacht und der war verdient. Ich hab sogar zwei Leute angehittet, okay? Ich hab zwei Sys gemacht, also... Ne. Ja, den einen hast du nicht verdient bekommen, weil den hab ich nämlich runtergehauen auf... Das stimmt. Der Kill... Der Kill war nicht verdient, die er bei den Assists waren verdient. Den Kill hab ich schon fast vom Bett gehabt. Das stimmt. Der kommt Julian. Einer, Mann. Äh, Lobby, sorry. Einer Ortzeit ist keiner. Keiner ist Ortzeit. Lass mal so ein bisschen von hinten... Genau. So, ne? Ist da oben einer? Ne. Bei Pommes. Wo ist Pommes, alter? Pommes. Oh shit. Na, keine Nase gesehen. Ah, gut. Die sind Ramps schon. Going down. Ramps, Ramps. Nein, nein. Nein. Letztes, keine Ahnung. Got the bomb done. Passt mal hinter den Boxen-Ramp auf. Hinter dir. Da kann... Oder da. Nein. Nimm mal irgendwas, was wirklich mehr Value hat. Hinter dir. Mal was. Wieso? Hinter dir war ein M4, aber gut. M4! Ja. Jetzt kommt M4-Power. Und? Und? Ne. Wird's gerne die Gegner meist sehen, dann wär's nice. Dann liegt jetzt in 5-7. Da. Weil das ist so witzlos, dass ich kein Gegner sehe. Jetzt bin ich die Erste. Ist das echt die Erste, Alter? Nein, ich bin schon wieder rausgetabt, weil ich... Na gucken, wo der Tag ein Erster ist. Bitte leb ich noch? Ja. Ja. Outside, was? Und wenn? Da oben, äh... Silo. Alter! Silo. Heißt das Silo auch auf Englisch? Ich meine, das heißt SG. Heißt das auch auf Englisch Silo? Wahrscheinlich nicht. Ja. Oder? Okay. Alter. Anas Rehling? Just... Do it. Shit. I don't leave. Vielleicht kann eh nix machen, sorry, da geht echt nicht. So viel kann ich nicht wegnehmen, weil einer ist bestimmt noch Heaven. Was? Das war klar, dass er da steht. Ja. He will die da. Überleb ich ja. Dum dum. So. Jetzt einkaufen. Ich hab n 4k gemacht. Den letzten konnte ich echt nicht mehr holen. Hätte ich den früher gefunden über mir, dann hätte ich den auch gemacht. Dann hätte ich eindeutig, hätte ich dann safe call noch versucht, den zu holen. Das sag ich euch ehrlich. Ich geh jetzt outside. Geht ihr mal, äh, Ramp und Heaven. Oh. Can you shadow guys go everywhere? Oh. Go Ramp? Okay. Go Heaven. Oh Heaven. You both. No? Okay. Oh, war Flashbang. Besser meiner. Did you Ramp? Oh, einen hab ich in der Flashbang gehad. Ciao, Dave. Nice. Did you Ramp? Okay. Ah, haben wir getötetet auf jeden Fall. Der letzte war noch, äh, wahrscheinlich T-Roof. Weil der, der eine wurde geboostet auf Silo, also wird der andere T-Roof sein. Oh, der hat die Bombe, oder? Ja, deswegen sag ich ja, T-Roof. Besser. Dann holen wir jetzt und dann kann der auch nix mehr machen. Ich werd mal bei Heaven, ne? Wir haben, wir haben... Er muss halt T-Roof sein, weil jeder gepusht hat, außer IO2. Oder was sagt, außer Orange und Julian. T-Roof. Okay, dann geh ich mal hin, ne? Oder auch nicht. Ey, die haben beide so scheiß Mikros, gell? Ja, wisst ihr. Der eine hat ein besseres bestimmt. Trotzdem, Cancer. Ja, ich spiel wieder M4 und spiel trotzdem noch Outside. Ich spiel irgendwie in Heaven. Ach, Outside ist entspannt. Ich geh ramp. Ich glaub, jetzt kann ich meine 4er-Karte schaffen. Diesmal ist die Chance da. Aber ist ja auch ne City-Map, ne? Ja, trotzdem. Du wirst... Ich werd trotzdem nicht so viele Dust kriegen, weil ich... Klug spiel. Geil. Noch eine Outside. One more Outside. Red Container. Both Outside. One M4 now. In a corner and one Red Container. Einer's im Corner und einer's Red Container, der pusht. Red Container steht schon, Julian, das siehst du. Ja, ich seh'n. Ja, letzter Red Container. Oh, Shit. Julian, push for... Oh, ich spiel... Äh, going... Red Container closed bei dir. Ja, in dieser Zeit. Oh, nice. Noch zwei, gekittet. Jetzt brauch ich aber einen Drop von euch beiden. Von einem von euch. Äh, was denn? Tuckern können droppen. Achso, stimmt. Alter, Tucker, 12.000 hier. Drop Tucker lieber. Ja, M4, gib her. Okay. Ja, die haben halt gerusht mich. Ich muss... Hab'n paar Kills bekommen, aber irgendwann mal ist halt mein Magazin leer gewesen. Ich hab' wahrscheinlich zwei weggekickt... Davor. Oder drei. Keine Ahnung. Zwei oder drei, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Ups. Ich hab' den Argo. Argo? Okay. Good job. Thanks. So. Oh, da sind noch mehrere. One door room. Ich hab' aber bei Heaven, ne? Der eine ist afk von den Gegnern. Gosh. Afk? Ja, der wird gekickt. Also... Das ist der afk. Safe call. Lauf nach hinten. Und wo ist das? Ist der afk? Oder nicht? Dann wollten sie Kratzer Kick machen. Wahrscheinlich. Aber irgendwas haben die auf... Ich hab' mir halt gedacht, oder? Wenn die gekickt... Jesus soll der gekickt werden. So, wie steh' ich denn? 5-3. Positiv. Ist mir auch ungeschafft. Fahr' mal Jump Scout ein paar Runden. Haha. Ja, ich hab' kein... Ich muss ja irgendjemand mich ein bisschen herausführen selber. 5-3. Ich spiel' ja jetzt schon so Positions, wo ich niemals auf... Auf... Auf ner höheren Elo spielen würde. Weil ich wüsste da natürlich auch im Sack kriegen. Hier krieg' ich noch 2 Kills hin. And outside. In der Box. In der Box mit Scout. Glaub ich. Ah, 2 Stück. Scheiße. Wobei... Anna ist oben wieder... Überall... Main. Hallo, die Bombe ist von Main. Anna ist über Main. Der ist nur noch gesprungen. Auf. Ich spiel' die Bombe, ich bleib mal wieder vorbei. Ich spiel' die Bombe, ich bleib mal wieder bewogen. 1-7. Ruf. One more T-Roof Guard attack Both T-Roof, one UMP, one Scout Just scan Jetzt mal echt wissen Ich höre die Ranks von der anderen, das ist nicht ganz ehrlich Ich schaue jetzt schon in den Profilen nach Screenshots, ob die da irgendwo eins haben, aber ich sehe gerade keins Kommt gleich, Anu Aber ich habe schon gewonnen, die Runde ist Nein Er wurde noch weggesnackt Ich spiele das ganz sicher nicht So hundertprozentig Safecore nicht Boah, warum Taka, warum kaufst du sowas und dann tropst es Was, was denn Das da Muss ich sowas spielen, als ob du das gescheites tropft Was denn Ich habe mir ne fucking Negif getroppt Sorry, mate Was bringt mir ne Negif bitte Outside Einer mindestens Die rushen mich Die sind schon close in Main Loll Lass ihn durch, sagt er ja Kann halt nix machen mit Puck, der war fertig Holy shit Hey Taka Wie viel, wie viel damage habe ich dir gemacht? Einer unter euch Im Eck Man, Leute, könnt ihr mir mal ne gescheite Waffe geben, dass ich was machen kann? So unnütze Runden verlieren Loll Einer hat die Feuer aufgelenkt Loll Hä? Alter Wie hab ich getötet hat? So, Julian, drop mal jetzt ne M4 bitte und keine scheiß Negev Ja, ähm Ähm, M4 Was bringt mir ne Negev auf Distanz? Warum hast du eigentlich die ganze Zeit, warum hast du eigentlich die ganze Zeit Geld? Weil ich gefaced, gerusht werde jede Runde, falls es nicht aufgefallen ist Ja, aber wir gewinnen ja trotzdem Ja und? Du kriegst ja nicht, äh, 4k für'n Win, wenn du death bist Ja, 4k brauchst du ja, um zu kaufen Ja, ok, gut, du kriegst ja jede Runde Kevlar kauft, mit der Rüstung Outside einer durch Alter, alle, alle Alle outside? Ja Alle outside, alle Oh shit Einer war hausten Krass, alter Von sowas von pushen, ne? Richtig arg pushen Nice Immer noch mehr Hits Die sind hier reingelaufen, oder? Ist auf A oder B? B B Nein Von denen Ey, die Gegner lecken einfach nur Das sind so lecky fag- lecky faggots Schade Bin drauf, aber trotzdem hitte ich nicht Und wo ist noch mal ein Pinkhahn? Ja, und jetzt die kaufen und dann gehen wir aber in Eco, Leute Ja Wunsch Oh jee Ich greff grad gar nix Geht grad nichts rein in die Gegner Mehr Vorhin ging zu gut rein, jetzt geht grad gar nix mehr Ja, ich spiel jetzt auf jeden Fall nach der Runde keine outside mehr Dann lass mal outside offen Und ich spiel aus ähm, Secret raus outside Das ist mir lieber Einer wird gepusht Einer wird safe call gepusht, Leute Smokeball Ja Alter, der drückt mir direkt nen Heavy rein, ohne Spaß ey, was ist das? Die Bombe ist auf jeden Fall Die Bombe ist auf jeden Fall Die Bombe ist auf jeden Fall Aber die Bombe ist auf jeden Fall Da Eko Eko Ja, ich hab eh 4000 also Also ich muss eh nichts kaufen Nö, wir waren kein Eko Ja, ich muss eh nichts kaufen Wir haben ja gewonnen die Runde Wir müssen Eko mal, weil wir verloren hätten Guck mal, das war äh Tagwands M4 Was hat die denn drauf? Nen Sticker Also outside mach ich jetzt nicht mehr Es ist mir echt so risky Ach, ich sag mir nur auf die Fresse, wenn du Pech hast Dann geh ich lieber über Äh, äh Was denn? Wir sind schon die ganze Zeit Blatt mich nicht Ich war zuerst hier Ich muss weiter als du Ja, aber Ein outside wieder aufs Silo drauf Safe call Da Die sind wie Wie die B? Also Ramp Äh Drei hab ich gesehen bei Ramp Drei Stück Ich kann aber nicht versprechen, dass es alle waren Ja, einer war schon mal aufs Silo Der letzte ist aber auch drin Julian warte, Julian warte bitte Ich hab echt keinen Bock, dass du da jetzt draufkommst Nur 6 HP Nice Der hat nachgeladen Das hat mal gehört Boah, Alter Da muss man drauf sprayen ohne Ende Ich hatte halt das nächste HP, Alter Ich glaub die Gegner sind langsam mad Ja, ist halt Ist halt CT, ne? CT Map Trotzdem Die sind mad, weil ich 17 Stunden hab Warte, ist das vorletzte oder letzte Runde? Vorletzte Okay Wieso? Äh Nee, hab ich irgendwo gefragt Boah, Alter, wer leckt denn neben mir so, dass ich nicht durchkomm? Der muss sich immer vor mich setzen Der muss sich immer vor mich setzen Ich? Ich sollte mal ein bisschen move'n Ja, aber da wird immer einer Da ist jetzt Warhaus drin immer noch, Julian Warhaus ist wo? Da Da? Das ist Harz Das ist ein Warhaus Der ist da drin Ganz sicher? Okay Ja Und einer war noch außen auf, bei Kisten hinten Und ich sag doch alles outside Ja, ich treffe nix Die gehen B Geh ich auch mal B, ne? Mombe wäre geblendet worden fast, geht mal schnell B Mombe up to down schon Der ist äh, Circuit Gang Was für ein Gang? Links 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 Ja? Oh ne Sorry, sorry, sorry Da unten irgendwo in dem Gang ist der Bei mir oder bei Bei dir In dem Gang Und jetzt Ich hab'n Oh Höh Pardon, Mate Ach Alter Hat der Mate nicht eingeschossen? Äh, glaub schon Letzte Runde der ersten Hälfte Alter, wenn ich den einmal gesehen hätte, hab ich noch ein Zeus Stimmt einmal ein Im AK sind wir, das ist ein AK-Nibo Und dann noch ganz viele Granaten Und ja Wann geht's los? Du-du-dum-dum-dum-dum Du-du-du-dum Aua So, du hast ein Feuergrundauto drin Die brauchen kurz Wie hier? Ramps Ramp? Schon wieder? Julian, hol mal meine Granaten Was? Enten in der Ecke Warte, sind die jetzt Ramp? Nein, das wär wieder Richtung Lobby unterwegs Ramps, nee Läuft Richtung Ramp Soll ich mal Ramp gehen? Ja War auch schon hinterher Gut Ciao Nice JJ JJ So 10-6 Läuft 10-6 ist 11 4 Jetzt muss ich nur irgendwie immer an eine M4 kommen Denn mit einer M4 Kann ich ganz gut So, mal gucken Jedes schnell wir die Runde machen Where do you wanna go? Die Läuft Die Läuft ist jetzt für jeden Fall Ich hole ihn Ich hole ihn Ich hole ihn Keine Ahnung Hat der gerade Outside gesagt? Mit die Bombe? Der Letzte hat die Bombe Nice Die Bombe ist weg Was ist denn? Einer in den Wohndorf? Einer in den Warhouse Was? Du hast doch die Bombe Der, ich nicht Der, ich nicht Einer Einer Da ist einer Oh, da gibt es jetzt nicht jemanden Ich hasse die Glocke Oh Oh Ja weg, ja weg Die Angel Shadow Müssen wir kurz warten Müssen wir kurz warten Oh, Moment Oh Äh, Hups Oh, Alter 52 in 4 Wie gebe ich ihn bitte 52 in 4 12,7 so Wir haben verloren Also und Und 2 noch Also eh gut Ich bleib mal als letzter Weil ich Ich schließe mich immer gerne Leuten an Die dann sagen wo wir hingehen Den Tippen folge ich nicht mehr Weil Das ist mir echt zu blöd Ok, alle wollen anscheinend A gehen Oder Ramp Je nachdem Noch einer Heaven Oben ist auch noch einer Sag ich doch Heaven einer Hab doch gecallt schon Ach Outside Heaven Wenn jetzt ich Heaven Andere Zwei werden über Lobby oder Ramp verschieben Der letzte Alter Ups LOL Alter Oh boy Sorry, nice Das war ein bisschen schlecht von uns Schon ein bisschen, oder? Aber ich halt nen Vorteil gehabt, dass ich meinen Kevlar hatte und alles schon Deswegen hab ich nicht so viel Damage getiget Das stimmt Der hat uns alle dicken gemacht, ey Ich hab ein bisschen gefehlt Ich hab mal Ich hab aus Versehen Ähm Ich war ein bisschen brainer Und hab bei der Glocke einfach gedrückt gehalten Statt einzeln zu klicken Ja Sehr gute Idee, ja Ich weiß, das war Ich war ein bisschen brainer Brainer Alter Das war Nicht klug Ich merke da auch schon wieder wie lange ich CSGO spiele schon Ja, die sind doch nicht What the fuck Niemand Ramp, okay? What the fuck? Geht durch 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 Ich lauf von hinten ran Oh nein Wo? Wo stehen die denn? Ich mach ne Echo Demand Ramp, please Hm Oh Ja, dieser Happy, der kriegt jetzt nen Report rein Wo sind die? Happy kommt Ramp, 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 Mann Nice Letztes Vent Das ist äh Intens Intens Going A Going A? Der ist Vent A Hochgegangen, ja Soll ich planen? Oder Aho Aho Nice Nice Du Lacke, dass der nicht trifft Ja, es war recht lang, Alter M4 M4 Ja, ich hab M4 Bist du blind, Junge Wenn man dir das nicht sagt Ja, ich hab's gekriegt Wenn man dir das nicht sagt, hättest du nicht gehabt Ne, hätte ich auch nicht Scheiß, ich zum letzten Spiel nicht so gut bin 5,6, äh, 5,13, das können wir, ja, das denke ich mal, ich hoffe mal Wenn wir mal Einfach alle dem ersten hinterher Wer ist wohl der erste? Ich meine den vordersten Gehts gerade in dem Moment Wer ist der vorderste? Ja, du, dann geh ich mal Ah, der B ist runter schon Okay, jump back Behind Hat 19 HP, Leute, bitte Danke Oh, no Dieser HP ist nicht normal Der drückt gerade in den Ja, Leute, hier müssen wir zusammen stehen und planten Blenden wenigstens zu kommen Na gut, die Runde aber voller kackt Tarkan macht das Ja quasi, quasi geschafft Jo, dann kauf mal um, kauf mal Mac-10 für mich Mac-10, wo ist die? Bei... Ah, da Ja, drückt mal Wir rennen, äh, Richtung Ramp und gehen dann in Heaven hier Okay, der ist cool Ja, Heaven ist riskant, da wird auf jeden Fall einer sterben Aber der kann nicht fünf Leute downstream mit einem Magazin Äh, sorry Wir gehen jetzt Heaven oder was? Was, was, was? Ramp und dann Heaven Achso, Ramp und dann Heaven Julia, da knopfts! Hey Leute, es ist so ein Witz, er hat acht HP schon wieder, das ist gerade echt unlucky Geht jetzt Heaven, geht Heaven Geht Heaven, Heaven, Heaven Go Heaven Ja, go Heaven Da, guck, es steht gleich einer, Klaus Ja, hinter euch, hinter euch Was? Keiner Der war gerade noch einer, der kommt hoch Der kommt hoch, der kommt hoch hinter euch Einer, äh, ja, plantet jetzt einer Einer bleibt oben Einer bleibt oben von euch beiden Ja, ich, 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 ja, da ist da Da ist einer, da ist einer Wo? Ja, okay Flachmann bleibt, Flachmann bleibt oben Was? Ja, weil, ich, ich konnte die Bomben nicht planten Julia, drop mal Äh, jo Wait, was willst du haben? Wieder mehr planten? Na klar Wait, äh Jetzt hab ich die, Moment, warte Ja, schmeiß rüber jetzt einfach Anstatt, dass er sie rüber schmeißt mit, mit Ja, ich bin nicht nass Dank, 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 das ist So, ich käme jetzt mal, Aschmar Ich will Kills haben und nicht sterben Ja, ich bin jetzt jede Runde vorgegangen, hab in jede Runde daran gepfreckt Wohin gehen wir denn? Wohin gehen wir denn? Wohin gehen wir denn? Wie, wie er einfach durchschießt Oh! Bitte, Leute, hört auf mit dem Scheiß Womit genau? Ganz so strange Leute, von wo? An der Radio Wo ist Radio? Leute! Da wo du jetzt gerade stirbst Ah, okay Verstanden Mann, Leute, es ist so ein Witz Da hab ich, ja hab ich ihn anhedet Auf 42 Das ist B Der will immer nur planten Ja, immer Deswegen, der plant sich auch hoch gerade Da ist Heaven, du Idiot Warum bist du da raus? Der war nicht Heaven, der war B Achso, B Ich dachte gerade Jetzt geh doch endlich, Mann! Extra langsam Es bringt ihm nichts, hier langsam zu tun Oh doch, er will die 42 Sekunden genau auskosten Oh, der leckt Oh, jetzt leckt er noch schön Ja, bitte gib ihm den Hatchet Ich will vor ihm noch davor Bevor das Spiel verendet Jetzt rennt er Oh my fucking God, I'm like That's cute logic Der ist im Raum drin oder hinter Silo Oder Ramp Ramp, Raum oder Silo Kann das jetzt rausholen Aber eher Ramp, Silo Raum Dann nicht mal Ja, gut War aber ein nice try Hakan, du push mich mal wieder auf Silo, bitte Okay Wir spielen mal wieder das altbekannte Spiel Rushle über Upper Main Und Rushle dann hinten und hinten rein Und Julian, du hältst eine Lobbystellung erstmal Äh, Lobby war wo? Genau Der Raum, wo wir Richtung A gehen können und Richtung Ren Ah, okay, okay Also quasi direkt der erste Raum Ja Okay Mit der Bombe am besten Ja, das macht Sinn Ja, deswegen sag ich ja, du sollst mit der Bombe erstmal halten Und Tarkam boosten Da hin Danke Verschwinde keine Zeit Ja, nice Da ist einer Und der hat 28 Hit Und Ich hasse diesen Happy Typen langsam ehrlich, sorry Ich kann ihn nicht mehr sehen Und von beiden Seiten, Mann In dem Game muss ich jetzt, genau in dem Game muss ich jetzt scheiße sein Ich kann jetzt save core betten, ich komme nur in AK Ja Das ist so bitter Ich glaube nicht, dass er gegen 4 safen kann No way, dass er das wie safe bekommt 100% geht er noch drauf Hohe Wahrscheinlichkeit würde ich sagen Ich werde gerne noch die beiden MVPs haben für die Runde Die zwei Runden die fehlen Ja, muss die können, ist ne gute Idee Muss die können, ist ne gute Idee Nur jetzt nicht, nicht in der Aufnahme Also, ne Dass man's hört bei Ja, ich würde dich auf TS muten, Alter Es ist mir scheißegal, was du dann sagst Ich würde dich auf TS muten, Alter Ich würde dich auf TS muten, Alter Es ist mir scheißegal, was du dann sagst Ich würde dich auf TS bannen, aah Ja komm, wir gehen jetzt alle Weil die einfach so stark Outsides stehen, aber fast gar nicht fram Das stimmt echt So, bitte Ladies first Renn jetzt nicht jede Runde vor Steppt da wieder Das ist keiner Junge, jetzt geh Hier, da ist keiner Nein, ich meine der Typ mit der AK Da, doch, eine Nake, da Ah, ja Gib mir direkt Wer hat die Bombe? Ey, dieser Junge leckt bei mir Der Werner Träser Happytyple hackt So langsam, ganz ehrlich, er leckt bei mir Fuck Wir müssen wir zwei Runden holen, schau mal Nicht wenn der so weiter laggt und ich ihn überhaupt nicht treffen kann Das ist leider so, ich treffe ihn überhaupt nicht Ich habe keine Chance ihn zu treffen Wie so auch immer Ich meine, hier bin ich drauf und ich treffe ihn nicht So, ha, trotzdem, da schau mal Ramps, 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 ramps Endlichstens hole ich auf unseren Maid auf Damit noch Erste werden Wieder Ramps So leckt Baun, baun Alter Wo? Hä? Apo, da kann von oben runter schießen Wenn du am Fenster nach ganz schnell stehst Warte, du mein Denk Da zwei Schritten oder drei Weg Reicht Am Fenster Ist leider so Durch da reingehen? Durch, durch gehen, nicht durch gehen Was macht der eigentlich gerade? Was macht der eigentlich gerade? Ich hasse das Warten auf den Rush Einer vent Einer vent Ja, drei ramps oder so One loggy, two loggy Ey, wenn wir das jetzt noch verlieren, ne? Ne Wenn wir eigentlich Autotucker spiel, ich schwörst ja Nein Du côté Ha 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 Au du Tucker Okay, hilfst du den einen deinen Compiner? Die einen der echt in die enke klick Habe ich der eigentlich immer die Bombe? Gib sie mir doch das ist ja der andere scheiße und gehen wir denn 2 main 2 ist ein main drin wie kann ich euch sagen ich glaube einer hat hit glaube ich und 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 Acker. Immer nicht zuerst. Ne, Justa, ich lass mich für zwei sterben, dachte du. Good job. Oh man ey. Ich hab 60% des Gegnerscheidens getötet. Ich muss sechs Kills jetzt machen. Sieben, vier Kills machen. Nein, ich jetzt. Ne, ne, M4, M4, A4. So. Die sechs Punkte. Kann ich der M4, A4? Ich weiß es nicht. Ach egal, ich nehm die mal. Und nice Murph. Ja. Kann sein. Hey, ganz echt. Ich hab einen, der steht fast genau gleich wie die Ammon jetzt rum. Ist das deren Ernst? Geht vor. Okay, wir gehen nach der Ramp. Outside steht close. Outside schon wieder. Ey. Ich krieg die Krise jetzt 27, 28 noch. In effekt wird es eh gerackt. Ganz ehrlich. Jedes Mal, wenn wir B-Gang sind, wurden wir so derbe gerackt. Weil, wenn wir einen M4 spielt. Und dann noch einen Lucky Headshot drückt, Alter. Ja, ist korrekt. Kann man so sagen. Ja, das war ein Lucky Headshot. Ich möchte die M4 auch, äh. Ja, wir haben die, wir haben das dann. Loll. Ram. Dann kommt ne ABP. Also irgendwie, ich glaub der Server ist echt nix für uns. Der Server ist scheiß performant. Wir gewinnen das. Wir gewinnen das. Vielleicht auch nicht. Bitte. Sterbt alle. Nice. Ja. Soll ich euch sagen, wo ich bin? Wo? Igel. Nein. Igel. Nice. Alter. Was? Dann würde ich sagen, das war's von der Folge CSGO. Zusammen mit Luca und Taka, wer sich gefallen hat. Lasst die Pulswertung da und tschüss. Tschüss. Ja, das muss ich jetzt zum Kumpel schicken. Ja, das muss ich jetzt zum Kumpel schicken. Und ich sag vielleicht, da war noch nicht so ein bisschen schicken. Vielen Dank.